So Leute, wir sind gerade im Livestream, deshalb nicht wundern warum da Like steht, Zuschauerzahl hier auf Twitch, ganzer ein Zuschauer, dürfte wahrscheinlich der Hans sein, dann der OG-Fan, ihr seht es unten bei Latest, was steht da, Donation, 1 Euro rauskauen, plus noch hier das Geschenk, er nennt sich zwar NPC40, den Sinn dahinter verstehe ich auch nicht, wenn ich einen YouTube-Kanal habe, der OG-Fan heißt, naja, muss jeder selber wissen, aber natürlich trotzdem, danke. Natürlich, wie immer für jedes Geschenk, ja, siehste, da ist der Hans, ihr seht, die Lache ist immer am Start, so, wie gesagt, ich weiß nicht, was im Geschenk drin ist, aber auf jeden Fall guckt in der Videobeschreibung vorbei, da ist vom OG-Fan der Kanal verlinkt, guckt einfach selber, so, in dem Sinne würde ich sagen, gucken wir uns das nette Geschenk an, in 3, 2, 1, ich habe 5 Spettelsterne gekriegt. Ach, der Skrülpser-Emot, ja, zwar das Skrülpser-Emot bekommen, aber es wird mir nicht angezeigt, ihr seht, lol, das ist natürlich wieder Weltklasse, ich liebe das, wenn du Belohnungen kriegst und dann rutscht ein Geschenk dazwischen, dann sieht das nämlich genau so aus. Ich habe Rutscher erhalten, auf jeden Fall, vielen Dank OG-Fan, und in dem Sinne, seht ihr mal kurz, wer alles so in der Lobby drin ist, da sind sie alle, ach, einer mit Loser-Dance, man kennt es. Also, in dem Sinne, erstmal vielen, vielen Dank OG-Fan, du kriegst ein Video, und in dem Sinne, euch noch viel Spaß beim Leveln, wir sehen, ich bin jetzt Level 20, habe jetzt aber eigentlich erst angefangen zu spielen, das Problem ist schon mal vorweg, die scheiß Gruppenkeile haben sich geändert, ultra nervig. Aber, seht ihr ja selber, also, ich bin jetzt erstmal wieder raus, und haut rein!